Und damit begrüße ich euch hier wieder ganz herzlich zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. Ah, super. Und ich muss jetzt hier erstmal... hier weg und das auf... so. Die Tür ist von der anderen Seite von deinem Schlosschen. Aber wo muss ich dann lang? Komme ich da durch? Ich würde ja sagen, theoretisch ja, aber praktisch irgendwie nein. Da kam ich runter. Tür ist versie... Ah, hahaha. Nope. Auch nein. An der anderen Seite verschlossen. Aber wie komme ich denn dann hier weiter? Ich muss doch hier irgendwo weiterkommen. Ah, hier zwischendurch. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ach, ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Du gehst keinen Schritt weiter. Schritt zur Seite. Nein. Er hatte Recht mit dir. Wer? Was? Jedi. Sind Diebe und dreckige Lügner. Und bringen nichts als den Tod. Pass ja auf. Wenn du nochmal angreifst, strecke ich dich nieder. Oh, ich mache gar nichts. Aber meine ermordeten Schwestern. Oh. Sie bekommen ihre Rache. Hi. Na, ihr seid ja schnuckelig. Okay. Die waren schnuckelig. Stimmt, ich kann die scannen. Warum mache ich das nicht? Gibt doch Erfahrungspunkte. Verlasse diesen Ort. Und weg. Was? Oh, toll. Mhm. Krabbeln, 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 krabbeln. Oder beziehungsweise klettern, 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 klettern. Oh, man muss doch hier runter. Oh, man muss doch irgendwie runtergehen. Ich meine, von mir ist ein Gang. Ich muss doch irgendwie runterkommen. Ah, nee. Sogar noch was viel besseres. Ein Echo. Nö, da komme ich nicht lang. Gut, der Fall sah ein bisschen komisch aus, aber egal. Weg mit euch. Mann, geht die mir auf die Nerven. Oh. Oh. Fucker sagen. Jetzt wäre, glaube ich, ein Stimm nicht schlecht. Äh. Okay. So, und dann war noch der da drüben, ne? Hätte ich auch an der Seite hochlaufen können, sehe ich gerade. Hm. Also, ich muss hier scheinbar hoch. Wie schafft es, diese Schwester der Nacht uns zu folgen? Sie hat sie Machtnutzer genannt. Aber so habe ich die Macht noch nie erlebt. Wir gehen besser auf Zehnspitzen. Moment. Hast du überhaupt Zehn? Ernsthaft? Das ist jetzt eine Diskussion, ob der Droide Zehn hat? Hm. Hier kann ich nichts machen, ne? War das gegebenenfalls dumm? Ah, nee, das ist die Ab... Ah, das ist die Abkürzung. Ah. Schön. Ich wollte gerade sagen, ich habe nicht eine... eine Vase getroffen, aber doch habe ich noch. Hm. Da war wirklich was drin. Abkürzung freigeschaltet. Ich könnte jetzt speichern gehen. Will ich das? Äh, nö. So, das heißt dann also hier lang... Neu ist jetzt die Holocard hinzugefügt. Da hinten. Ist ja komplett am anderen Ende der Welt. Da kann ich nicht hochklettern. Gekonnt drumherum getänzelt. Brüder der Nachtruhnen. Meinst du, wir nähern uns einem Dorf? Seht, hier! Okay. Du kannst nicht gewinnen, Fremder. Wann das ein Treffer? Verhindert, dass er sich bewegt. Ein ordentlicher Treffer. Ah, komm. Geh, hör, hör. Boah. Bitte! Der Halt, seine Wunsch. Ich brauch ein Sim, bitte. Sehst du, du bist hier gewachsen? Ja. Ab gut, ab ihn! Bin hier gewachsen. Brüder, helft mir. Du wirst dich nicht zurückziehen. Deine Niederlage ist unsicher. Mua. Ich werde es schnell zu Ende bringen. Sind alle Jedi so schwach? Schluss mit der Verzögerung. Oh nein, da sind ja noch welche. Oh nein, da sind ja noch welche. Na komm, schießt. Ich komm, ich komm. Ich komm nicht ran. Und der haut ab. Okay. Okay. Ich hätte jetzt gerne noch ein Stimpack. Okay. 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 Es ist dunkel, da komme ich nicht lang. Wir sind wegen Count Dooku also sauer. Oh, shit. Na komm. Okay, ein Treffer und ich bin tot Ich sollte zurückgehen Und gegebenenfalls die alle nochmal bekämpfen Ansonsten Muss ich so oder so zurückgehen und die bekämpfen Also insofern Macht das jetzt gerade gar keinen Unterschied Kann ich auch zurückgehen und die bekämpfen In Form von frisch aufgefüllt Und ich kann mir noch einen Skillpunkt geben Schnell mal meditieren, passt So, Fähigkeitenbaum Zwei Stück Das heißt, maximale Macht erhöht sich Ach, Lichtschwertwurf Erhöht die Reichweite Wäre er nicht schlecht Was ist das? Mit Präzisionsausweichen kann Cal Gegner kurzzeitig verlangsamen Ist ja eigentlich gar nicht schlecht Ah, das ist alles so Mehr Macht mit dem Ausweichen Nehmen wir das Ausweichen, komm Ich weiß ja nicht, warum ich das jetzt genommen habe Weil ich immer so gut wie Nie gut ausweiche, sondern immer nur schlecht Aber ist in Ordnung Und weg So, jetzt haben wir das wieder mit den anderen zu tun Ich habe nur jetzt mehr Stimbehälter Na, komm her Versuch's mal, Jedi Dieser Schmerz Das bedeutet nichts Er ist ehrenvoll gestorben Du kannst deine Schwäche nicht verbergen Er ist super weg Komm So, das ist der schon mal erledigt Du kannst nicht gewinnen, Fremder Jawohl Okay, jetzt kommen die Anderen Typis Hier, hier Ha Okay, jetzt kommt der Bogenschützer Wow Na komm WD, stimmt So, dann haben wir den Jetzt kommt von da einer Ach, da oben ist noch einer Na komm, schieß Ah, schieß doch Wer schießt zuerst jetzt von euch Okay Schieß nochmal, komm Dann haben wir den Ui, ui, ui Was hat er denn da entdeckt? Darth Maul Sehr gut Hier kann ich doch nirgends so lang Was wollen die denn jetzt von mir? Äh, ja Da Da oben könnte ich vielleicht hoch Ah, okay Jetzt muss ich mir mal vorstellen Wie kurz davor ich war hier Endlich, äh Zu speichern Ah, so knapp Und dann Naja Also ich kann jetzt Darüber Wieso ist denn da jetzt schon wieder einer Ja Ach komm Wer hat gesessen Er hat gesessen Ricksack So Ich kann da oben lang Oder ich kann hier lang Geh zurück Jedi Okay Okay Dann gehe ich zurück Sie hat gesagt, ich soll zurückgehen Und ich bin ja ein guter Jedi Dann gucken wir einfach mal, was auf der anderen Seite ist Ein Echo Unterwerfung Wir ruhen uns aus Oh, ich habe wieder einen Fähigkeitenpunkt Ich weiß nicht, ob ich den verwenden soll Na gut, rein theoretisch könnte ich den Oder Verzögerte Stoßen Nehmen wir das So Okay, jetzt ist der wieder da Der ist aber nicht da, oder? Ne, der ist nicht da Hallo Ich springe hier Ne, der ist nicht Wieso hast du mich doch getroffen? Ha Mann It's a trap It's a trap Oh, ein Babyrancor Oh, ein Babyrancor Ernsthaft, mit dem letzten Schlag hat er mich noch erwischt? Was, ne Ratte? Oh, hier ist das Ding genommen, ich Idiot. Oh, hier sind noch Echos. Oh, hier sind Opfer, um ein Exempel zu statuieren. Nein. Ich war zu langsam, um den Rancor zu scannen. So. Okay. Okay. Machen wir mal auf. Jetzt wird es wieder ein bisschen wüstig, nicht mehr sumpfig. Das wechselt ja auch die ganze Zeit, oder? Oh man, naja. Ich komme hier an und mache erstmal alles kaputt. Kein Wunder, dass sie keinen Bock auf mich haben. Okay, den haben wir. Könnte ich den Sprung schaffen? Könnte ich den Sprung schaffen? Da komme ich nicht hoch, also muss ich wahrscheinlich runter. Ich muss hier gerade gucken, ob hier irgendwo einer ist. Ich sehe jetzt überhaupt gut gar keinen. Da komme ich nicht lang. Ich gehe jetzt noch mal rein. Ich gehe jetzt mal rein. Ich gehe jetzt mal rein. Alter. Artsch. Wie komme ich denn da hoch? Nein! Was? Nein! Wuh, 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 wuh! Jetzt habe ich Glück. Wow, war das eine Rutschpartie. Ist keiner da? Ich kann mich ausruhen. Wunderbar. Weit bin ich nicht mehr entfernt. Ich kann jetzt hier unten lang. Ich kann da oben lang. Ich kann hier lang. Ich habe so viele Wege wieder. Da unten ist eine Erinnerung. Das wieder so ein Babyrank war. So. Scan ihn. Babyrankor, oder? Nidara Nidak? Ich hätte jetzt echt meinen Arsch auf den Rankor verwettet. Ähm. Das war mal eine Arena. Die Brüder der Nacht akzeptieren nur die Starken. Das ist auch noch einer. Wah. Ah, 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 ah. Hilfe, bitte. Hilf mir. Ah. Ich habe meinen Stim genommen. Ich habe ihn definitiv genommen. Wollte ich nur anmerken. Jetzt muss ich echt nochmal... Jetzt muss ich extra nochmal zurück, damit ich meine Macht wieder bekomme. Grummel. Das war hier lang, glaube ich, ne? Ich muss den dann nochmal besiegen. Und er stirbt jetzt langsam. What? Der hatte null Energie und hat gelebt? Jetzt sagt nicht, dass es war... Also... Der hatte wahrscheinlich 0,01% oder so. Nein, dann ist das, wo ich hin will. Nope, der hat meine Macht nicht. Das ist gut. Okay, ich bin jetzt mal ganz kurz weg. Guckt ihr mir hinterher? Na, kommt her. Wow, das sind viel zu viele. Und du bist derjenige, der meine Macht hat. Irgendwas hat BD entdeckt. Ah, da. Hacken. Wir nehmen das Echo wahr. Nervt mich nicht, ihr blöden Dinger. Wo ist mein Punkt, von wo aus ich gestartet bin? Ich glaube, da hinten. Was hat mir was da gerade gemacht? Oh, du hast was gefunden. Okay. Ähm. Nein. Ah, warte mal. Ha, 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 ha. Ja. Super, jetzt habe ich mich verlaufen. Ja. Nee. Egal, holen wir erst mal das. Die Schwestern nannten ihre Anführerin Mutter. Ihre Magie war stark. Bin ich jetzt ernsthaft? Oh, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich muss hier lang klettern. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt gerade bin. Das Ding sieht doch ärger aus. Das Ding ist nicht gut. Kämpfe mit dir, du Feindlich. Ein Gegner. Verstanden. Ranbleiben. Ich habe dich. Oh. Nein. 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 Ich muss hier weg. Erst mal hier hinten hin. Da bin ich erst mal sicher. Okay. Dann haben wir den schon mal weg. Denkst du, du bist hier gewachsen? Ja, ich bin hier gewachsen. Komm. Mach den jetzt fertig. Torhüttchen. Näher ran. Bereit zum sterben? Jedi? Komm. Brüder, helf mir. Komm, Mann. Ich muss ihn doch jetzt hier besiegen. Nein, 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 nein. Gib mir mal ein Stim. Oh. Uff, 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 uff. Okay. Was hat er da jetzt entdeckt? Feuerflächte. Oh. Na. Lasst mich in Ruhe. Speichern. Wo speicher ich? Oh. 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 Abkürzung freigeschalten. Okay, nice. Und wie komme ich da jetzt wieder hoch? Mann. Hä? Ach, der ist in dem da. So. Und weg mit dir. Das sind so viele. Ich will noch mal zum Speicherpunkt. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Was hast du gefunden? Hier komme ich zum Speicherpunkt. Wow. Ich habe es geschafft. Hey. Okay. Dann würde ich sagen, liebe Leute. Puh, das war ein ganz schönes Abenteuer. Bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trohard Rhein. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Untertitelung des ZDF, 2020